Hey und hier ist wieder euer Jockel und ja ich bin im Tunnel. Es ist aber nicht so, der Tunnel ist nicht so wie ihr in den letzten Videos gesehen habt, sehen konntet. Ja wie soll ich das erklären? Ich mag es gar nicht sagen, aber der Tunnel war weg. Also bis auf den der Eingang und paar Meter in den Berg hinein war nichts mehr da. Grund war dafür ein erneuter Server Crash und diesmal habe ich den Anbieter dann auch gewechselt. Ich habe den Anbieter den einen Tag, also erstmal mein Admin, der den Server für mich einstellt und so, der hat ja schon vor mir, schon einen Tag vor mir eine Anfrage eingestellt beim Support. Wurde nicht beantwortet. Danach habe ich gedacht, okay, er ist ja auch nicht Besitzer des Servers, deswegen habe ich gesagt, ich habe gedacht, okay, dann stelle ich eh nochmal einen rein. Habe da sogar noch einen zweiten reingesetzt, aber der zweite war schon ein bisschen spöttisch. Nach zwei oder drei Stunden, ich weiß gar nicht wie lange wir diskutiert haben, kam da immer noch keine Antwort von dem Support und daraufhin habe ich dann eben halt gleich den ersten Wochentag die Kündigung bei Einschreiben an die Firma geschickt, die uns zuvor den Server gestellt hat, der ja auch nicht ganz billig war. Und das haben wir bei einem Anbieter Server gefunden, der gute Leistung hat. Der ist allerdings nur zum Mieter. Der vorige Server, den hatte ich gekauft. Da war einfach nur die Wartungs- und Bereitstellungskosten drin. Aber die waren höher als der Server, den ich jetzt gemietet habe, die ich komplett nur miete. Deutlich günstiger. Das sind ganzen Zehner günstiger und auch noch leistungsstärker. Ja. Und was mir aufgefallen ist, der ist viel flüssiger. Also ich habe viel weniger Lachs beim Laufen. Ja. Und das ist auch die Ursache, warum der Tunnel nicht mehr da war. Das, wie sage ich das? Ja, das Backup. Das Backup, genau. Das Backup, was wir hatten, war eben halt von Januar. Und am Januar waren wir eben halt nur bis zum Anfang in den Berg hineingegraben. Das war Januar. Und, ähm, ja, um weiter existierten halt keine Speicherungen. Habe ich da hier Steine? Ja. So, hier sind auch gleich voller Zombies hier. Die sind sehr laut, schön laut. Warte mal auf jetzt. So. Ja. Mann, Mann, Mann. Erstes Desaster mit Sims. Und nun das. Mann. Pannen scheinlich zu Enten. So, jetzt mach das hier mal raus hier. So. So. Das wollen wir malen. Und dann machen wir hier auch die Decke schon. Also wir haben uns hier noch sehr viel Arbeit vor uns. So. Ah, ich habe den falschen Stein reingesetzt. Ich bin so schön. Ich bin der schlauste Mensch der Welt. Hey. So. Ähm, anders sieht, hat sich da hingestellt. Ja. Ich habe ihn da sieht. So. So. Okay. Ja, wie ihr seht. Hier ist noch allein zu tun, ne? Hier müsste, äh... Ach so, ja. Ah, das ist ein Creeper. Hallo, Creeper. Ach, ich habe einen Bogen mit. Sehr gut. Ja. Da müssen meine ganzen tollen Items auch alle weg. Da muss ich alles neu machen. So, den haben wir. Stein, Stein, Stein. Ah, Trottel, Trottel. Das passiert mir in letzter Zeit ständig hier, dass ich hier Steine in der falschen Position setze. Also irgendwie kommt da was bei mir nicht hin. So, die Punkte sammeln wir ein. Die brauchen wir ganz viele von, weil wir müssen ja unsere Werkzeuge auch wieder mal ein bisschen daten. Daten, so. Hier ist auch noch ein Loch im Boden. Das war ein Bauernhof zu. So. Ja, hier möchte ich irgendwas reinbauen. Ich habe noch nicht genau die Planen. Ich habe nicht... Ja, ich weiß noch nicht genau was. So. Jetzt haben wir hier eine Doppeltür rein, glaube ich. Ist das einigermaßen mittig? Ja. Kann ich hier auch zumachen an der Stelle. So. Okay. So. So muss das. So, so, so. Oh. Oh. Mhm. Ah, viele Phones. Ah, siehst du, schon wieder... Ja, ich bin so ein Fallhaus. Ja. Da kann ich mir das erstaunen. Hier Türen habe ich keine am Start. Hopp. Ne, zurück. So. Ausdruck falsch ist das nicht meine Kiste. Das ist hier von 3040 Kiste. Das ist meine Kiste, aber da kommt es nicht rein. Und da kommt es auch nicht rein. Nein, das kommt hier rein. Ah, das kommt da rein. Und das kommt hier rein. Genau. Pass auf. Wir machen mal eine kleine Rundentour, würde ich sagen. Ich gehe mal in ein Game Mode. Okay. Okay. So. So. Jetzt können wir ein bisschen durch den Tunnel rassen. Also, wir fliegen jetzt mal zum Anfang. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Anfang. So. Ne, damit ihr ungefähr wisst, wo das Server gestartet ist. In welchem Zustand. Ich glaube, bei der letzten Aufnahme haben wir noch zusammen den Eingang gestaltet. Das ist alles weg. Das ist alles weg. So. Seht doch schon, die Tunnelführer, die sind bestimmt ganz anders. Das ist auch schon ein ganz schöner Turn. aber wird gleise alles fertig gehabt menschen mir so ärgerlich so mir ist ein geiler effekt die schatten vorbeirauschend die hypnotisiert von sind noch mal hoch so noch mal hoch hier sind wir aus nacht genau wie ihr seht wird ja nichts alles was wir gebaut haben ist weg ich steile noch bei zeiten ist noch genug soll ich mal mitnehmen und ich jetzt so wir fahren mal die abstrecke ab hier so so weit das hatten wir alle schon genau schön schön. Ja Mensch, das hat mich sehr geärgert. Oh, war ich frustriert. Aber kann ja keine Ahnung, dass der Server in so kurzen Abständen wieder down geht. Und dann das Support und auch null Reaktionszeit. Das geht gar nicht. Die waren mal besser. Also ich war damals sehr zufrieden mit denen. Das waren damals echt meiner Meinung nach die Besten. Aber jetzt ist das echt schade. Ja, nur mal gucken. Wenn ich daran denke, vielleicht poste ich den Link von den... Laut, laut sind die viel. Die Wächter sind sehr laut. Ja, das ist alles neu hier. Der meiste Teil ist hier tatsächlich auch wieder in Handarbeit passiert. Mit drei Leuten haben wir hier gepuddelt. Aber der Rest, wie ihr seht, sieht sehr sehr klüftet aus. Das liegt daran, dass ich gesprengt habe. Das habe ich in Kreativmodus gemacht. Ich wollte einfach schnell vorankommen. Aber letztendlich hat das doch eher, wie man sieht, mehr Arbeit erzeugt. Also vollgegengeklatsche. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. So, lass mich durch. Lass mich durch. Ich komme hier nicht runter. Hallo? Weg, 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 weg. Lass mich runter. So. Und schon wieder. Habe ich alles weg. Hier durch. Na gut. Ich muss auch noch ein paar Abstufungen bauen, wie es aussieht. Oh Mann. Ja. Okay. Das wird anstrengend. Das wird anstrengend, Leute. Und ja. Das hat aber Spaß gemacht, das Sprengen. Hätte ich mal aufnehmen sollen eigentlich, ne? Das hätte ich eigentlich mal aufnehmen sollen. Na gut. Habe ich nicht getan. Ich wollte das jetzt einfach nur schnell wieder in Ordnung bringen, dass wir hier wieder unseren Tunnel haben, der uns eben halt von A nach B bringt. Das ist aber hier sehr niedrig. Das machen wir hier weg. So. Und hier findet der Fackel. So. Spende ich mal eine. Da oben ist eine Brücke. Aha. Huch. Interessant. Na gut. Brücke lassen wir. Hm. Vielleicht wäre ich auch gar nicht hier großartig. Sondern nur einfach hier den Fahrstreifen oder nur in Ordnung bringen. So, dass wir auch sind jetzt keine schlechte Idee. Nicht die schlechteste auf jeden Fall, glaube ich. Hm. Ja, das muss ich nur überlegen, wie ich das mache. Na, auf jeden Fall werde ich erstmal nur den Fußweg, also den, ne? Den Boden hier machen. Dass das erst ist. Und dann vielleicht im Laufe der Zeit dann, äh, 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 das Ganze zu machen, damit man eben halt nicht mit so viel Monster zu tun hat. Na, hier haben wir Berge von Monster hier. So. Jetzt nehmen wir uns hier so langsam den Bereich, der hier schon, äh, äh, einigermaßen fertig ist. Ah, das ist ein Creeper, das ist hier auch nicht so gut, dass hier ein Creeper im Tunnel ist. Na, wo ich hoffe, abzubauen, hier habe ich es ja liegen lassen. Ey. Falsch. So. Äh. Ja, 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 ja. Sagt nix. Hopp, dann geht es hier weiter. Hopp. Oh, hier ist keine Fackel, hier keine Fackel angemacht, es ist viel zu dunkel hier. Oh, ist auch ein ganz schöner Turn. Oh, ach ja, und die Map hatte ich ja auch nicht, das war eine tierische Suche, erst mal das zu finden. Also hier muss ja noch, äh, Treppen gelegt werden. So. Huch. Ja. So. Und dann nehmen wir uns endlich den Bahnhof. Ist natürlich auch ein bisschen anders angekommen. Jetzt ist der, ne, letztes Mal sind wir ja hier durchgebrochen, glaube ich. Hier ungefähr war das. Hier durchgebrochen. Oder war es hier? Dann haben wir es hier gemacht. Das haben wir jetzt hier einmal, das haben wir einmal hier so rum, rumgefahren. Also hier einmal so umgebaut. So. Das haben wir hier auch schon mal alles soweit hübsch gemacht. Und, ja. Ja, das ist leider so. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Oh. Stimmt was nicht. Ach so. Ach so. Äh, äh, wie ist das falsch? Würde ich sagen. Was? Ja, ja. Ist gut. Ist gut. Die verbrauchen sich bei mir nicht. Äh, ja. Ist gut so. So. Nicht so? Ist wieder heil. Alles klar. Gut. Was ist das? Was mich allerdings stört, dass hier ein Tambom steht. Nicht gemeint, aber jetzt ist Tambom-Zeiten vorbei. Er entschmückt hier. Schmuck kommt ab. Ja. So. Ach ja. Hä? In den normalen Blätter drin? Was ist das? Oh, das ist wieder ein normaler Baum. Ja. Die Leute, die es gebaut haben, mögen sie mir verzeihen, aber jetzt ist Weihnachtszeit zu Ende. Gemein von mir, ne? Aber ich glaube, das haben sie so einen Kreativmodus gebaut. Ich glaube denen nicht, dass sie hier extra in die da gegangen sind, um das hier machen zu können. Nein, das habe ich übrigens. Ich habe hier auch, ähm, Spielern, ähm, das, den Kreativmodus, also die Möglichkeit, den Kreativmodus zu wechseln, äh, entzogen. Also die Admin-Rechte habe ich denen entnommen. Erstmal, weil die Leute einfach nicht häufig genug da sind. Nämlich gar nicht. Ihr seht, also passiert hier eigentlich fast nichts mehr. Oder wie die Schafe ist, wenn die Schafe noch, weiß ich nicht. Na, so. Baum lasse ich natürlich stehen. Das ist jetzt nur, eben, Heimdorfschmuck habe ich jetzt abgemacht, die, die Kuh entfernt. ja, so. Okay, dann wieder zurück. Wieder zurück. Die Hunde sind ein bisschen, hier hätten sie noch ein bisschen, ne, wieder ein bisschen zugehen oder tiefer machen müssen, glaube ich. Das hätte besser ausgesehen, glaube ich. Naja. Okay. Die muss auch noch mal ein bisschen in das reingemacht werden, ne, so dekomäßig. Okay. Ja, das wollte ich euch eigentlich nur ein bisschen zeigen. Huch. Und eigentlich wollte ich ja, äh, nachdem der Tunnel so weitgehend fertig war, wollte ich ja eigentlich, äh, mit der Erweiterung der, das Unterwasserstädchen, äh, fortsetzen. Das ist auch mal so eine Stadt wert. Bisher ist es ja nur eher so eine kleine, kleine Wohnanlage. Und, ähm, ja. Das, ähm, verzögert sich ja nun leider. Äh, hier stimmt was nicht. Hallo? Stein, Stein, Stein. Brauchen wir Stein. Stein. Ja, hopp. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Hier, ja. So. Ein bisschen dick rum, also sollte ich mich übernommen, das mache ich auch mal, also jetzt ein Kreativmodus. so. So. Oh, hoppla. So. immer so ein Treppner hinten auch unbedingt, dass ich hier auch schneller hochkomme. Irgendwas schlippt hier immer noch. Ich bin noch nicht zufrieden. Irgendwas schlippt hier immer noch nicht. Genau. Hier nehme ich das. Das wird nicht. Weil das muss ja jetzt natürlich auch angepasst werden. Da haben wir noch einen kleinen Fehler gemacht. einen kleinen Baufehler hier. Da ist ein Furcht am Bau hier. So. Ich würde das jetzt gar nicht so gerne machen, im Kreativmodus, aber erstmal eben die Fehler zu beheben. Obwohl ich hier gar keine Zeit habe. Äh. So. So. Jetzt werden wir jetzt mal gleich weiter in Ruhe Gronkh weiter gucken. Und heute mal nur eine kurze Folge. Und dann sehen wir uns ja in einer Woche wieder. So. Da ist besser, ne? Jetzt ist in Ordnung alles. Ja. Das ist richtig. Halt. Das ist richtig, ne? Ne, hier ist es falsch. Ach, hier ist auch falsch. Ach, Mann. Ne. Hä? Das finde ich doch irgendwie verwirrt jetzt. Hm? Was habe ich denn da gemacht? Zu wenig. Hätte schon mal was sagen können. So. Okay. Jetzt richtig? Ich hoffe, jetzt ist es richtig. Hier sieht es richtig aus, ja. Okay. Okay. So. Dann fliege ich mal wieder zurück. Damit ich, äh, mein Team da weiter abbauen kann. So. So. Und dann möchte, werde ich wahrscheinlich, äh, noch ein anderes Let's Pay beginnen. Aber das eher mal erstmal so ein bisschen probeweise. Gucken, ob es mir für längere Let's Plays gefallen wird. Das muss ich sehen. Das wird ja dann sehen, wenn es so weit ist, wenn es losgeht. Woher da? Hier sind ganz schön laut. Wow. Bam. Verloren. Bisschen tief, also. Überstelle ich zu tief. Uh. Bam. Wieder verloren. So. Affa. Bisschen tief, also. Klammer Schleim. Zack. Jupp. So passt. Baum hängen geblieben. Wieder hängen geblieben. Ah, ah, ah. Wird mir schlecht. Wird ich schlecht. Wird ich schlecht. Ja. Oh. Okay. Absturz. Stopp. wir machen.